Moin Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Morgen seht ihr mein Review zur Vanguard Season 5 und zu Warsons Season 5. Das wird, glaube ich, ganz unterhaltsam. Ich habe schon angefangen aufzunehmen, da muss noch ein bisschen was dazukommen, schneiden. Alles, das mache ich heute nach dem Fußball, nach dem Streamen. Heute zeige ich euch die absolut rattigste Runde. Und nicht rattig im Sinne von, ich muss sie bumsen, sondern wirklich, oder ihn, sondern wirklich rattig. Wir sind vor ein paar Tagen im Streamen auf ein Team gestoßen, was zu viert mit Schild gespielt hat. Und sich versteckt hat. Und das fand ich so unterhaltsam, dass ich dachte, probieren wir doch einfach mal mit Zuschauern das nachzumachen. Aber so weit, dass wir eine Runde damit gewinnen. Und ihr werdet Stolperminen sehen, Raketenwerfer, Schilder, Camping und eine Menge Spaß. Ich hoffe, euch wird das gefallen. Solche Sachen sind einfach viel, viel witziger, finde ich, als immer nur auf irgendwelche Kill-Rekorde zu gehen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt einen Kommentar, wenn ihr irgendwie eine schöne Idee habt, was wir im Streamen auf Twitch irgendwie mal ausprobieren sollen. Wenn das irgendwie eine coole Sache ist, machen wir das auch heute vielleicht gerne und schneiden das dann in einem Video zusammen. Und dann kriegt ihr es auch präsentiert. Habt viel Spaß, Leute. Es war eine super Runde. So schlecht, wie wir gespielt haben. Schlimm. Moin, Rivi. Grüß dich. Oh, Paketverlust. Yes, Baby. Geil. Geiles Server, geiles Game. Alles perfekt. Ich glaube ja mittlerweile, dass wenn ich Paketverlust habe, alles haben, es wird nicht allen angezeigt. Sabine war einer. Hast du den, Sabine? Ja. Bei mir ist der K.O. Wir haben genug Geld. Let's go. Ich seh den nicht. Er kommt. Da oben ist noch einer. Och, Junge. Er ist Level 100 und versteckt sich da drauf. Hm. 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 Kommt was angefahren. Wer kann holt ein Loadout? Er ist bei mir. Er ist bei mir. Ich hab keine Platten. Hm. Der versteckt sich einfach irgendwo in der Ecke. Abhin. Dann krieg ich einen Kaufgleich ein Loadout. Wir haben übelst G-Geld. Bei Niko ist einer irgendwo, aber kauf den Loadout trotzdem. Mein Geld reicht nur nicht. Das soll halt nichts machen so. Es ist gefühlt unmöglich, hier was zu sehen. Oh Mann. Okay, weil ich geh. Achso, haben wir schon. Okay. Ihr habt Loadout? Ja, kommt grad. Ich hab Frame Drops von 160 auf 30. Ja, ja. Das ist gerade geisteskrank hier. Okay. So. Wir haben alles. Ich hab ne Muni-Kiste. Wir haben zwei Ausrüstungslieferungen. Gut. Habt ihr nix? Ich setz mich ins Haus dran. Erstmal. Dann könntest du den Wien jetzt aber die Schottgang nehmen und dann auffüllen dazu. Ich hab die Schottgang nicht. Oh, okay. Wer kein Raketenwerfer spielt, kann die Raketen gerne abgeben. Hab ich Raketen? Nein, ich hab keine. So. Hier an der Tür bräuchten wir noch zwei. Da hab ich noch einen hingelegt. Perfekt. So. Ja. So. Wir sind tatsächlich sehr schlecht darin. Eine aggressive Night-Round. Wie soll die denn funktionieren? Also herzlich, ich bin diese Saison auch ein großer Fan. Das, was Werner da macht und ich verstehe auch nicht, warum er bei Holstein aufgehört hat. Der war da noch längst nicht fertig. Aber so wie er das dieses Jahr spielt, sehe ich euch nicht im Abstiegskampf, um ehrlich zu sein. Da sind eher Vereine wie Hertha, Augsburg, Stuttgart vielleicht, die andauernd sagen, sie spielen besser, aber treffen trotzdem nichts. Okay, hier ist keiner mehr. Ich befürchte, dass die Zone ungefähr hier wieder hinläuft. Wir hätten einen Ballon, weil wir könnten gleich hin. Wollen wir? Ein Living House, würde ich sagen. Ja. Also wo wir eben waren eigentlich. Ja. Bleib erst mal angeschossen. Von unten kommen welche. Unten. Ja, ich sitze hier im Kapok. Der ist raus. Unter uns auf jeden Fall. Ja. Ist hier drinne? K.O. So. Äh. So. wie wir gerade so blauen punkte sind ich muss schnell das kopf geht ich komme wie das hier aussieht wie so richtige untermenschen annäherungsmine noch da hier ja okay nico es geht darum sich nicht zu bewegen sie kommt wird angeguckt ich sitze eine scheiß weil mich sehen sie gleich nico du soll man sagen wieso bist du so dumm da kommen welche hoch ja das ist doch der sinn dass sie hoch kommen jetzt bin ich das kanonenfutter hier merkt schon drüben meinen haus sind sie ja die schauen hier mit dem laser rein im anderen dach die reise der vorratsstation ist angepasst verbündeter präzisionsluftschlag kommt diese panzerabwehrmine ist bereit werfe granate und ich wissen was sie tun soll einer wurde gerade geopfert ich glaube ich bin eigentlich kein schlechter bait sind alle drüben zu finden hinter der sabine aber bei uns sind auch welche das sind zwei teams gerade die sind da die sind da die sind da die sind da die sind die die hier wir sind gleich auf eurer seite noch ein stück in der zone drin hier bei mir ist einer drinnen ich werde direkt mal gesnipet hier drinnen braucht müsste ich sagen ich habe eine kiste hat man raketen einfach noch so ich kann mir welche abgeben ja ich habe auch raketen ja nur der selbst keine braucht ja ich brauche nicht so viele da kommen die nächsten fünf dann nehme ich mir eine andere waffe das ist aber mehr als ein das war mehr als ein team hier der kam von oben ich habe mein schild verloren dein schild schützt dich gerade ja ich muss halt wiederholen bin ich noch gegangen fabine du hast eine plattenkiste oder nein munitionskiste brennen kannst du den legen ja danke oh die zone spielt mit das war gut Nein. Keiner noch. Ich werde von rechts angeguckt, hinter uns, da, yes, nice, was für eine Scheißrunde. Sex, kids.